Integral von 6x-8x durch 2x³-4x³ plus 3 dx. Wenn ihr mögt, versucht doch mal diese Aufgabe selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video jetzt. Wir machen die Substitution mit dem Nenner z gleich 2x³-4x³ plus 3 dx nach dx ist 6x²-8x dx ist dz durch 6x²-8x. Wir substituieren den Nenner mit z. Dann haben wir Integral von 6x²-8x durch z und dx wird mit dz durch 6x²-8x ersetzt. Diese Terme kürzen sich. Wir erhalten Integral 1 durch z dz. Die Stammfunktion von 1 durch z ist ln z-Betrag. Wir machen die Rücksubstitution mit z gleich 2x³-4x³ plus 3 und erhalten ln von Betrag von 2x³-4x³ plus 3. Schauen wir uns die Funktion an. Hier hat die Funktion eine Polstelle. Das heißt, sie läuft hier gegen minusunendlich und hier gegen plusunendlich. Super, wenn ihr die Aufgabe lösen konntet. Zweite Aufgabe. Integral von x0 bis 2 von diesem Ausdruck. Schauen wir uns mal die Funktion an. Von dieser Funktion kennen wir nur die obere Integrationsgrenze mit 2 und die untere müssen wir noch berechnen. Wenn ihr mögt, versucht doch auch diese Aufgabe allein zu lösen. Dazu stoppt das Video erneut. Zuerst untersucht man mal, ob die Ableitung vom Nenner gerade den Zähler ergibt. Wenn ich den Nenner ableite, habe ich ja hier 8x³-9x³ plus 10x³ plus 7. Und damit habe ich ja die gleiche Bedingung wie hier. Der Nenner abgeleitet ergab den Zähler. Damit hatten wir ja ln Betrag vom Nenner. Und das ist hier auch der Fall. ln Betrag von 2x³-3x³ plus 5x³ plus 7x³ plus 8. Jetzt brauchen wir die Nullstelle. Da habe ich ja schon eingeblendet. Eine Funktion hat da eine Nullstelle, wo der Zähler 0 ist. Und x0 wird jetzt mit dem Newton-Verfahren entwickelt. Für das Newton-Verfahren brauchen wir also erstmal die Funktion des Zählers. Das ist f von x gleich 8x³-9x³ plus 10x³ plus 7. Und die Ableitung. Das sind 24x²-18x plus 10. Das Newton-Verfahren hatte ich ja schon mehrfach in meinen Videos besprochen. Das sieht dann so aus. Wir haben hier x1, f von x1, f' von x1, x2 berechnet sich dann mit x1 minus f von x1 durch f' von x1. Und hier setzen wir dann den gefundenen Wert nochmal in die Funktionsgleichung ein, um zu sehen, wie gut wir an dieser Nullstelle liegen. Ich habe das hier einfach mal mit minus 1 angefangen. Die liegt hier in diesem Bereich zwischen minus 1 und 0. Dann habe ich jetzt in diese beiden Funktionen minus 1 eingesetzt. Dann habe ich diese beiden Werte, diesen Wert x2 ausgerechnet und den in die Funktionsgleichung wieder eingesetzt und habe hier eine ziemlich große Abweichung bei minus 1. An dieser Stelle hat die Funktion natürlich nicht diese Abweichung, weil ich ja hier nur den Zähler betrachte. Den errechneten Wert, der zu große Abweichung hat, wird hier nochmal verwendet. Dann die gleiche Prozessur nochmal durchgeführt. Und da sind wir schon bei minus 0,468 und da haben wir schon eine kleinere Abweichung. Dann verwende ich den Wert nochmal und nochmal. Also hier ist er auch schon ein super guter Wert und hier habe ich praktisch eine Abweichung von 0. Die Nullstelle liegt dann bei minus 0,44775 und so weiter. Wir wollen die Nullstelle aber auf zwei Nachkommastellen begrenzen. Damit haben wir minus 0,45. Diese Integralgrenze hatten wir gesucht. Die Stammfunktion kennen wir in den Grenzen von minus 0,45 und 2. Stammfunktion an der oberen Grenze ersetzen wir x mit 2 minus Stammfunktion an der unteren Grenze ersetzen wir x mit minus 0,45. Dieser Betrag von dem LN ist Betrag von 50 und dieser Betrag von dem LN ist Betrag von 6,22. Und damit erhalten wir eine Flächenheit von 2,084 Flächenheiten. Das Ergebnis habe ich dann nochmal mit der Simson-Regel untersucht. Die untere Integralgrenze war bei minus 0,45. Die obere lag bei 2. Da habe ich die x-Datenreihe in 10 Schritte unterteilt. Dann die Werte in die Funktionsgleichung eingesetzt. Die k-Reihe hinzugefügt. y mit k multipliziert. Die Summe gebildet. Der Flächeninhalt berechnet sich dann mit Streifenbreite. Die ist 0,245 geteilt durch 3 mal der Summe und 2,085 haben wir hier und hier haben wir 2,084. Das heißt, die Anzahl der Streifen müssten wir wahrscheinlich verdoppeln, um hier eine noch bessere Beanstellung zu bekommen. Super, wenn ihr Teile dieser Aufgabe selbst lösen konntet. Kommen wir zur dritten Aufgabe. Integral von x0 bis 2,57 von ln von x mal e hoch x durch x dx. Die Funktion habe ich euch hier schon mal gezeichnet. Die schneidet die x-Achse in Punkt S. Und in diesem Intervall x0 bis 2,57 ist der Flächeninhalt unter dieser Kurve zu berechnen. Wenn ihr mögt, versucht doch mal diese Aufgabe selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video. Die Integralgrenzen lasse ich weg bei dieser Umwandlung. Wir haben Integral von ln x plus ln e hoch x durch x dx. Jetzt sind ln und e hoch x ja Umkehrfunktionen. Das ergibt jetzt hier x. Dann haben wir Integral ln x plus x durch x dx. Dann haben wir Integral von 1 plus ln x durch x dx. Das teilen wir ja auf. Das Integral von 1 dx plus Integral von ln x durch x dx. Integral von 1 dx ist x plus dieses Integral bleibt noch übrig. In diesem Teil der Aufgabe wird dieses Integral jetzt gelöst. Hier habe ich ja schon einen Hinweis, wie man das löst. Also mit der partiellen Integration ln x ist u und v' ist 1 durch x. ln x differenziert, dann haben wir u' ist 1 durch x. 1 durch x integriert ergibt v mit ln x. Integral ln x durch x dx ist dann Produkt der Elemente der Hauptdiagonalen. ln x mal ln x ist ln Quadrat x minus dem Integral der unteren Zeile ist minus Integral von 1 durch x mal ln x dx. Wir addieren das Integral. Dann steht das hier zweimal. Also zweimal Integral ln x durch x dx ist ln Quadrat x. Da dividieren wir noch durch 2. Dann haben wir Integral ln x durch x dx ist ln Quadrat x halbe. Jetzt arbeiten wir wieder mit diesem ganzen Ausdruck. Da müssen wir ja nur x hinzufügen. Dann haben wir die Stammfunktion x plus ln Quadrat x halbe plus c. Dann brauchen wir die Nullstelle auf zwei Nachkommastellen. Dazu werden wir das Newtonverfahren wieder verwenden. Die Funktion hat da eine Nullstelle, wo der Zähler 0 ist. f von x verbinden wir mit ln x plus x. f' von x ist dann 1 durch x plus 1. Schauen wir uns diese Tabelle wieder an. Die kennen wir ja aus dem letzten Beispiel. f von x haben wir ja diese Funktion. f' von x haben wir die Funktion. Und da setzen wir jetzt die Werte ein. Dann wiederhole ich dieses Verfahren mehrmals. Und dann haben wir hier einen sehr genauen Wert der Nullstelle. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum fange ich hier nicht mit 0 an. Wenn man aber die Funktion sieht, dann sieht man, dass die bei 0 ein Pol hat. Deswegen beginne ich meine Suche der Nullstelle erst mit 0,1. Dann müssen wir das noch auf zwei Stellen runden. Das ist 0,57. Also haben wir Integral von 0,57 bis 2,57. Von diesem Ausdruck, die Stammfunktion kennen wir. Die setzen wir jetzt in die gleichen Grenzen. Dann haben wir diesen Ausdruck. Stammfunktion an der oberen Grenze, da ersetzen wir x mit 2,57. Minus Stammfunktion an der unteren Grenze, da wird x mit 0,57 ersetzt. Damit erhalten wir 2,28749 Einheiten zum Quadrat- oder Flächeninheiten. Das Ganze soll noch mit der Simson-Regel überprüft werden. Wenn ihr mögt, versucht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm das mal selbst zu überprüfen. Wir brauchen die x-Datenreihe von 0,57 bis 2,57. Da habe ich wieder eine 10er-Einteilung gemacht. Die x-Werte in die Funktionsgleichung eingesetzt. Die k-Reihe kennen wir. Dann kam mit y multipliziert die Summe gebildet. Und der Flächeninhalt ergibt sich dann mit Streifenbreite 0,2. Die dividieren wir durch 3 und nehmen mit der Summe mal. Dann erhalten wir diesen Wert. Der Stimm berundet bis auf 3 Stellen nach dem Komma mit diesem hier überein. Super, wenn ihr die Aufgabe selbst lösen konntet. Ich habe hier noch 3 weitere Übergangsaufgaben für euch. Wenn ihr mögt, versucht doch die Aufgaben selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video. Integral Tangens x. Tangens x zerlegen wir in Sinus x durch Cosinus x. Dann haben wir dieses Integral. und Cosinus x setzen wir z. Dann ist dz nach dx minus Sinus x. Nach dx umgestellt, erhalten wir dx gleich dz durch minus Sinus x. Dann haben wir diesen Ausdruck. Integral von Sinus x durch z und dx ersetzen wir mit dz durch minus Sinus x. Sinus x kürzlich das minus Sin-W-Furs-Integral minus Integral von 1 durch z dz. Das Integral von 1 durch z, das kennen wir mit ln z-Betrag. Wir halten also minus ln z-Betrag. Und für z machen wir die Rücksubstitution mit Cosinus x. Dann haben wir minus ln-Betrag von Cosinus x plus c. Hier substituieren wir mit z gleich Sinus x. dz nach dx ist Cosinus x. dx ergibt sich mit dz durch Cosinus x. Dann erhalten wir 3 mal Integral z hoch 4 mal Cosinus x mal dz durch Cosinus x. Cosinus x kürzlich. Wir haben 3 mal Integral von z hoch 4 dz. Die Stammfunktion ist z hoch 5 durch 5. Damit erhalten wir 3 Fünftel mal z hoch 5. Und z machen wir die Rücksubstitution mit Sinus x. Dann haben wir 3 Fünfte mal Sinus hoch 5 von x plus c. Kommen wir zur letzten Aufgabe. Naja, da könnte man denken, Partialbruchzerlegung. Aber wir versuchen mal, das anders zu lösen. Und zwar lösen wir mal den Nenner auf. x plus 3 zum Quadrat ist die erste binomische Formel. Das ist x hoch 3 plus 6x plus 9. Das multiplizieren wir mit x minus 2. Fassen das zusammen und erhalten dann x hoch 3 plus 4x Quadrat minus 3x minus 18. Den Nenner ersetzen wir jetzt mit diesem Ausdruck. Dann haben wir dieses Integral. Und wenn wir den Nenner ableiten, dann erhalten wir gerade wieder einen Zähler. Und damit haben wir die Stammfunktion mit ln Betrag vom Nenner plus c. Super, wenn ihr die Aufgaben selbst lösen konntet. Rechts daneben habe ich hier euch nochmal die Tangensfunktion mit den Polen eingezeichnet. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Das geht hier unendlich weiter in den Richtungen. Hier habe ich auch nun Ausschnitt von dieser Funktion 3 mal Sinus hoch 4x mal Cosinus x gezeichnet. Und hier von der letzten Funktion den Funktionsgrafen. Danke fürs Zuschauen.